Such was Funkeiges draus. Nur für den Fall, dass wir hier schnell verschwinden müssen. Also folgendes. Vor mir sitzen ein paar der besten Gangster des Landes. Und natürlich der junge Mozart in seinem Go-Kart erbrüchen. Die Menschen lieben tolle Danküberfall-Geschichten. Also geben wir ihnen eine verdammt schamlose Luft. Dann können sie bei ihrem Kaffee über was reden. Was hört ihr denn? Warte, ich check das kurz. Tequila! Der Scheiß ist echt Bananas, Doc. Tequila. Scheinst du ein echter Glückspilz zu sein? Richtig, sag's ihm, Baby. Das war Oscar-verdächtiger Scheiß. Verdammt richtig. Tut mir leid, man. Was zum... Und das wiederholst du hast. Wir sind hier, aber ich verschiedene Verpacken. Wo ist Musik? Wer ist Musik? Untertitel Dom 2 Das ist